Moin Moin, hier ist Ray von Ostseewagerbund. Die heutige Fahrt ging von meinem Heimatort Eutin nach Klosterseestrand, einen wunderschönen Küstenabschnitt direkt an der Ostsee. Da habe ich mal ein bisschen für euch gefilmt und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Solltei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020